Wer sich nicht um seine eigenen Belange kümmert, dabei ein anständiger Mensch bleibt, aber seine eigenen Belange kümmert, kann nicht davon ausgehen, nur weil er bessere Noten hat, weil er schneller die Jagden arbeitet, dass er daraufhin groß rauskommt und dass das groß anerkannt wird. Ich würde sagen, gerade ganz im Gegenteil. Wir müssen doch alle von außen auch merken, wie gut ich bin, nicht wahr? Ist denen sicher doch aufgefallen. Na nein, das Leben ist ungerecht. Das muss man klar sich vor Augen halten. Die Personalabteilung oder der oberste Chef oder mein Fachvorgesetzter, der wird sich jetzt viele Gedanken machen, viele Gedanken machen, wie es mit mir weitergehen könnte, ob ich besser im Einkauf bin, ob ich auf dieser Schiene bleibe, ob ich für eine Zusatzausbildung machen sollte und wie meine Laufbahn werden sollte. Und das ist eine völlige Illusion. Das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Und man muss eben selber aktiv werden, indem man dann sagt, also liebe Leute, ich mache mir jetzt mal Gedanken, wo geht denn die Reise hin? Und bin ich bei euch richtig aufgehoben? Deshalb ist es so wichtig, dass man keine Angst hat, dort wo man beschäftigt ist, aber es gilt auch für Selbstständige, mit Lieferanten und mit seinen Kunden. Man muss hergehen und muss klar sagen, hören Sie mal zu, ich bin jetzt seit fünf Jahren hier, ich bin ja zweimal befördert worden, ich leite jetzt, ich weiß nicht was, die Einkaufsabteilung oder die Niederlassung Husum, und ich wollte Ihnen nur sagen, lieber Chef, an sich möchte ich im Leben noch weiterkommen. Man kann nicht erwarten, dass der Chef sich für einen den Kopf zerbricht, vielleicht denkt er für dich, gibt es nichts Schönes, als in den Husum Chef zu sein. Und wenn Sie sagen, ich möchte, als ich ein bisschen weiterkomme, vielleicht fällt er aus allen Wolken und sagt, ja gut, das ist sagen, hätte ich ja nie gedacht. Oder aber er sagt, ja lieber Mann, das ist ein netter Gedanke, also da müssen wir aber, das ist ein längeres Thema, haben Sie heute Abend was vor, da müssen wir zusammen essen gehen. Oder aber, Sie kommen zum klaren Ergebnis bei so einem Gespräch, ja mein Gott, die kapieren gar nicht, wer ich bin. Die betrachten mich als eine graue Maus, ich bin immer gar keine graue Maus. Die denken, ich kann ein Meter fünfzig hochspringen, ich kann aber drei Meter mit dem Stab hochspringen. Und je eher, ich kann nur sagen, je eher Sie das erfahren, wer Ihnen da gegenüber sitzt, wie Sie beurteilt werden, umso besser. Nicht, weil Sie dann unglücklich sind, sondern weil Sie Zeit gewonnen haben. Sie wissen, da ist nichts zu holen in dem Laden. Es geht aber nicht, dass man in den inneren Frust geht, in die innere Kündigung, auf Go Slow schaltet, auf 0815 und praktisch von innen das sabotiert. Man schadet damit sich selber viel mehr als dem Arbeitgeber. Ich glaube sehr, dass die Menschen in irgendeiner Weise belohnt werden, die den Mut haben, ihr Leben in den Griff zu nehmen, das Steuerrad des Lebens in die Hand.